Willkommen zum Video über den Nullphasenwinkel. Nach diesem Video kannst du den Nullphasenwinkel bestimmen. In den vorherigen Videos hast du bereits die Amplitude und die Kreisfrequenz kennengelernt. Schauen wir uns den Nullphasenwinkel an. Wir haben uns in den Videos zuvor die allgemeine Gleichung der Sinusfunktion angeschaut. Du hast gelernt, wie du die Amplitude und die Kreisfrequenz bestimmen kannst. Kommen wir nun zum Nullphasenwinkel. Hier siehst du die Sinusfunktion so, wie du sie bereits kennst. Also y von t ist gleich Sinus von t. Anders gesagt, y von t ist gleich Sinus von t plus Null. Und ganz allgemein, y von t ist gleich Sinus von t plus Phi. Und Phi gibt einen Nullphasenwinkel an. Der ist in diesem Fall eben Null. Damit wir Phi besser ablesen können, zeichnen wir uns eine Nullstelle ein. Wenn wir Phi vergrößern, wandert unsere Nullstelle nach links. Und wenn wir Phi verkleinern, wandert sie nach rechts. Der Nullphasenwinkel ist nicht ganz eindeutig. Wir können nämlich mit zwei unterschiedlichen Winkeln auf dasselbe Ergebnis kommen. Wie du hier bei diesem Graph siehst, haben wir bei Pi halbe eine Nullstelle. Und bei minus 3 Pi halbe. Und unser Phi ist minus Pi halbe. Wenn wir jetzt Phi verändern, auf plus 3 Pi halbe, haben wir erneut bei Pi halbe eine Nullstelle. Und bei minus 3 Pi halbe eine Nullstelle. Aber t0, die Nullstelle, die wir am Anfang gekennzeichnet haben, befindet sich woanders. Kommen wir zurück zu unserem Arbeitsblatt. Passiere das Video und fülle die Lücken selbst aus. Der Graph von y1 von t ist gleich a mal Sinus von Omega mal t. a ist dabei die Amplitude und Omega die Kreisfrequenz. Das hast du in den vorherigen Videos gelernt. Dieser Graph wird um Phi durch Omega nach links verschoben. Die Gleichung des verschobenen Graphen y2 von t ist also gleich y1 von t plus Phi durch Omega. Da können wir nun für y1 diese Funktionsgleichung einsetzen. also a mal Sinus von Omega mal t plus Phi. Die Nullstelle t ist gleich 0 von y1 liegt bei y2 an der Stelle t0 ist gleich minus Phi plus Omega. Das heißt, in diesem Fall, diese Nullstelle wandert hierher. Der Nullphasenwinkel ist also minus t0 mal Omega. Wir möchten nun die Funktionsgleichung zu unserem roten Graphen finden. Dazu betrachten wir zuerst den grünen Graphen. Wir können die Amplitude ablesen. Sie beträgt 3. Die Periodendauer ist Pi. Also ist die Kreisfrequenz 2P durch Pi ist gleich 2. Somit ist y1 von t 3 mal Sinus von 2t. Nun lesen wir t0 ab. Das ist minus 3Pviertel. Und daraus folgt, dass Phi 3Pviertel mal 2, also 3P halbe ist. Das können wir nun für y2 von t verwenden. Also y2 von t ist gleich 3 mal Sinus von 2t plus 3P halbe. Großartig! Uns fehlt jetzt nur noch die vertikale Verschiebung. Schauen wir uns die im nächsten Video an.